Christian Morgenstern Gedichte Scholastiker-Probleme 1. Wie viel Engel sitzen können auf der Spitze einer Nadel, 2. Wolle dem dein Denken gönnen, Leser, Sonderfurcht und Tadel. 3. Alle wird's dein Hirn durchblitzen, denn die Engel sind doch Geister, 4. Und ein ob auch noch so feister Geist bedarf schier nichts zum Sitzen. Ich hingegen stell den Satz auf, keine, denn die nie Erspäten können einzig nehmen Platz auf geistlichen Lokalitäten. 2. Kann ein Engel Berge steigen? Nein, er ist zu leicht dazu. Menschenfuß und Menschenschuh bleibt allein dies Können eigen. Lockt ihn dennoch dieser Sport, muss er wieder sich vererden und ein Menschenfräulein werden, etwa namens Zuckertort. Allerdings bemerkt man immer, was darin steckt und von wo, denn ein solches Frauenzimmer schreitet anders als nur so. und hier über die Konstanz. ben, Herzlich gesehen habe ich mit diesen Abstand Overblmudpunkt in den 0.ம maar,